Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder da seid bei Norbert Spricht. Norbert spricht sehr viel, weil es nötig ist, weil zu viele einfach ruhig sind. Und ihr kennt es ja, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, als die Sophie Scholl, eine Widerstandskämpferin aus dem Zweiten Weltkrieg, erschossen wurde, hat sie vorher einen ganz tollen Satz gesagt, als man sie gefragt hat hier, was die ganzen Gefahren sind in Diktaturen. Und dann hat sie geantwortet, nicht der Diktator und nicht seine Helfershelfer, seine Willigen um ihn herum, sondern die große schweigende Masse, die alles erträgt, nur um augenscheinlich in Ruhe gelassen zu werden. Und da muss ich sagen, meine Lieben da draußen, das ist in einer Demokratie unwürdig. In einer Demokratie ist es Verpflichtung, dass sie ihren Mund öffnen und ihre Meinung bekannt geben. In der Entwicklung unserer Zeit, was da gerade alles passiert und noch viele Menschen überhaupt nicht wahrnehmen, weil sie ihre Antennen in die Feinstofflichkeit noch überhaupt nicht ausgefahren haben. Nur eins merken immer mehr und diese Sätze höre ich immer mehr. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist anders geworden. Die Leute reagieren so komisch. Beim Autofahren merke ich, die fahren alle ein bisschen komischer wie früher. Was wird da wohl passieren? Drehen da welche durch und andere nicht? Oder einige mehr und andere weniger? Ja? Oder wo ist das Problem? Nein. Es ist eine generelle Entwicklung. Die Erde geht in eine neue Richtung. Ob wir das akzeptieren oder nicht, ob wir das glauben oder nicht und ob wir das wollen oder nicht. Wir sind ein Teil der Bewohner der Erde und haben da kein Kommando. Auch wenn es so ein paar wichtige gibt, die in ganz wichtigen Organisationen auf wichtigen Stühlen sitzen und immer wichtig im Fernsehen auftreten, sage ich, denen hören wir einfach nicht mehr zu. Weil die wollen ihr System am Leben erhalten, um uns weiterhin zu nutzen zu ihrem Wohle. Das nennen die Demokratie. Habe ich auch ein bisschen ein anderes Verständnis dafür. Also, was machen wir denn? Da immer mehr Menschen mit Fragen und E-Mails auf mich zukommen und dann sagen, ja, Norbert, was machst du, du und die letzten zehn Jahre haben wir immer Time to do und da und wie siehst du das denn jetzt alles und wie hat sich dein Leben verändert? Und dann muss ich mal sagen, verändert? Mein Leben verändert sich ständig, weil ich mich ständig weiterentwickle. Und zwar bis zu dem Tag, wo ich den letzten Atemzug mache und gleichzeitig mit dem letzten Atemzug höre ich auch das Lernen auf. Kann man so machen, muss man nicht, aber empfehlenswert. Was habe ich dann getan? Dann bin ich hingegangen, ich habe das in ein paar Sendungen schon mal erwähnt und habe Gesprächskreise ins Leben gerufen, wo ich Menschen mit all den Informationen, die ich in zwölf Jahren und 1500 Sendungen mit über 900 fachkompetenten Menschen, die mir gegenüber gesessen sind, aufgenommen, nachrecherchiert habe. Und mittlerweile gibt es da ein richtiges Potenzial von Wissen, Information und vor allen Dingen von Perspektiven und Lösungen, meine Lieben. Und die einen sind traurig, unglücklich und voller Angst, die anderen nicht. Ja, zu welchem wollen Sie gehören? Der nächste Gesprächskreis findet statt am 25.11. zwischen 14 und 18 Uhr ist es immer nach hinten natürlich offen. Es heißt immer, wenn ich sage, ja wie heißt das, sage ich, hier und jetzt. Weil genau da geht es. Ich sage, Leute, auf was wollt ihr immer warten? Ja, übermorgen, nee, Termin, verschieben wir da, Seminar. Nein, nein, nein. Heute, hier und jetzt anfangen. Fertig. Nicht immer rum und ausreden und ja, ich kann das nicht, weil und der Opa hat gesagt, nee, zählt nicht. Du entscheidest über dein Leben und du beginnst heute, hier und jetzt. Das ist das Beste, was passieren kann. Jetzt habe ich da drei Punkte, die für mich ganz, ganz entscheidend sind und die mal die Basis feststellen, wo ich immer sage, die Menschen können mit dem Wort nichts anfangen, mit Feinstofflichkeit. Sie wissen nicht, was das ist. Sie wissen nicht, was in ihnen da wie funktioniert. Und wenn du von Energiebahnen und Meridianen anfängst zu sprechen, dann gucken dich manche mit solcher Auge an und sagen, ja, mein Doktor hat gesagt, das gibt es gar nicht. Und wenn dein Doktor das sagt, dann wird es in deinem ganzen Leben an dir vorbeigehen, weil du hast die Meinung vom Doktor übernommen und hast nicht selbst angefangen, dir eine eigene Meinung zu bilden. Demokratie, eigene Meinung. So, und wenn du die dir nicht selber bildest, dann bilden andere für dich deine Meinung. Und du übernimmst das einfach und blabberst das weiter und merkst gar nicht, dass in deinem Leben immer mehr fehlt und dass es dann immer mehr Probleme gibt. Weil keiner kann gegen eine Zeitentwicklung. Entweder wir gehen mit oder wir bleiben auf der Strecke. Da gibt es keinen anderen Weg. Aus dem Grund heißt mein erstes Thema in diesem Gesprächskreis Angst oder Zuversicht. Das ist auch so ein Thema mit diesem Angstmachen und Angstmacherei. Und wenn man das Instrumentarium kennt, genau weiß, wie was gemacht wird, dass bei uns was passiert, kann man sich plötzlich da rausnehmen. Und ich lebe ja auch nicht auf dem Mond. Ich lebe mitten unter euch, in dieser Welt, mitten in Zentraleuropa. Und glaubt ihr, ich hätte schon einen Nervenzusammenbruch, wenn ich mir jeden Tag diese Messages anhören würde, die da über die Mainstream-Nachrichtenkanäle verbreitet werden. Deswegen habe ich aufgehört, das zu schauen. Dann kommt das Argument, ja Norbert, du musst doch wissen, was draußen los ist. Da habe ich gesagt, so. Da habe ich gesagt, du, weißt du, ich bin ja schon ein paar Tage auf dieser Welt und irgendwann 1956 bin ich aus dem Bauch meiner Mutter gekrabbelt. Also das habe ich so erfahren. Und habe dann angefangen, auf diesem Planeten herumzutappen. Am Anfang ein bisschen schwerfällig, bis ich es konnte. Dann habe ich angefangen, rumzufahren. Auch am Anfang ein bisschen schwerfällig, bis ich es konnte. Und somit war ich irgendwann in 51 Ländern dieser Welt. Mache seit 15 Jahren Fernsehen mit Interviews, habe mit Millionen von Leuten Kontakt gehabt in meinem Leben. Und habe immer Augen, Ohren und Antenne aufgestellt. Immer. Wisst ihr warum? Ich bin ein richtig Neugieriger. Ich will alles wissen. Ich will wissen, wie ist es dahinter, wie funktioniert es, warum ist es so, wer hat es festgelegt und warum hat es festgelegt. Und ich akzeptiere es nur, wenn ich damit einverstanden bin. Das nennt sich freier Wille. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Der zweite Punkt im Gesprächskreis heißt Werkzeuge der Feinstofflichkeit. Und da bekommen Sie auch immer zwei mit nach den Gesprächskreisen, um die bis zum nächsten Gesprächskreis, sofern Sie sich wieder entscheiden, kommen zu wollen, dann den nächsten Schritt machen. Und glauben Sie, Sie merken was. Und glauben Sie mir, Ihr Leben wird sich zum Positiven verändern, so wie meins und wie viele in meinem Umfeld, die einfach ein paar alte Dinge, an die wir uns gewohnt haben, losgelassen haben. Und haben gesagt, du, ich habe das jetzt 30 Jahre so gemacht, weil ich schon wusste gar nicht, dass es auch anders geht. Aber jetzt habe ich die Information, jetzt kann ich es anders machen. Na, wir sind alle hierher gekommen mit unseren Fähigkeiten, um sie auszubilden, um gemeinsam mit anderen zum Wohle aller zu agieren. Ganz einfach. Und wenn ich jetzt da rausgucke, dann denke ich immer, ich rede chinesisch. Mensch, die verstehen mich nicht, weil handeln tun sie nicht danach. Handeln tun wir noch genauso wie vor Corona. Wir stellen die Ellenbogen raus und gucken, dass wir unser Schäfchen ins Trockene bringen und wir meinen, das funktioniert noch. Ich sage immer den Menschen, das ist auch Thema in den Gesprächskreisen, Hintergründe, wo ich dann immer so ein Thema aufgreife und sage, schaut mal, das, 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 das und das Gesetz haben sie während Corona durchgewunken, das habt ihr gar nicht gehört, was bedeutet das? Und dann gucken mich die Leute immer komisch an und sagen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Sag ich, ach, ich denke, du liegst Zeitung und guckst immer Nachrichten. Ja, ja, mache ich schon. Sag ich, merkst du was? In den Nachrichten wird nur das im Nachhinein gerichtet, was du wissen sollst. Und wie du es wissen sollst. Deswegen heißt es ja Nachrichten. Das ist ja alles ganz einfach. Man muss da bloß ein bisschen sich mal in Distanz begeben. Wenn ihr immer so davor seid, so wie ich früher gelesen habe, wo meine Augen noch so schlecht waren, anderes Thema, sehe ich das Umfeld nicht. Wenn ich so mache, sehe ich das und alles drumherum. Und jetzt habe ich den sogenannten Überblick. Ah. Und deswegen sage ich immer, früher habe ich sofort reagiert, weil ich so ein Wilder war, kam was auf mich zu, kam sofort, gefällt, gefällt nicht, gefällt gut, her, gefällt nicht, was ist los? Und sofort in Aktion gegangen. Hat mir manchmal viel Unbill eingebracht, manchmal Konflikte produziert, manchmal sogar Trennungen verursacht, die danach mir hier sehr wehgetan haben. Aber auch ich bin in Klammer nur ein Mensch und auch ich bin der, der einen freien Willen hat. Das heißt, jeden Tag entscheiden kann, mache ich das oder mache ich das. Und manchmal habe auch ich mich aufgrund mangelnder Information falsch entschieden. Warum? Weil ich zum Beispiel die Dinge gar nicht wusste. Aber da gibt es so ein paar tolle Erlebnisse von Menschen, die mich jetzt angerufen haben nach der ersten Augen, ich habe gesagt, Obersportler in der Garage und eine Nobeluhr und Designer-Klamotten am Körper. Wisst ihr, was gut leben heißt? Mit Freunden umgeben sein, die einem Lebensfreude vermitteln und Unterstützung, Information. Zweitens, hochwertige, natürliche Nahrung, die unseren Körper erhält, dass er uns durchs Leben trägt. Drittens, sauberes, klares, reines Wasser. Ohne das ist hier drin in dem Kraftwerk nütlos. Solange er mich kennt, solange ich Time-to-do mache, ist das mein Getränk. Und das ist heute noch mein Hauptgetränk. Zu Hause habe ich, außer manchmal ein Bier, aber keinen Schluck Alkohol. Ich trinke Kaffee, speziell aufbereitet, das kennt ihr auch von mir. Und Wasser. Wenn ich mal eingeladen bin, Schluck Wein, mal einen Schluck Champagner, gar kein Thema. Aber ansonsten ist Alkohol nicht mein Thema, weil ich einfach zu viel damit erlebt habe in meiner Kindheit, in der Zeit bei der Armee und so weiter. Und da hat so viel Leid und Schaden verursacht, dass ich gesagt habe, Leute, das Thema Alkohol, das könnt ihr mir gerade streichen. Da gibt es nur Unsinn damit. Und irgendwann sagte mein Naturarzt mal zu mir, weißt du, dass Alkohol eines der gefährlichsten Zellgifte überhaupt ist? Und ich frage, wie meinst du das? Sagt er, ja, das zerstört die Funktion der Zelle. Alkohol ist ein Horror, sagt er. Und? Sag ich, ja, aber viele Menschen wissen das nicht. Dann sagt er, nö, das ist ja auch für die Alkoholindustrie nicht sehr positiv, wenn die Menschen das wissen. Ich sage, ach, merkt er was? Es wird nur das veröffentlicht, weil alles, was wir tun, wie wird es denn ausgerichtet? Was hört er denn immer in den Nachrichten? Ja, wir müssen gucken, dass es unserer Wirtschaft gut geht. Was? Wer muss gucken, dass es der Wirtschaft gut geht? Eine Wirtschaft ist ein Selbstregularium. Wird bestimmt eigentlich, so habe ich mal in meiner Betriebswirtschaft gelernt, nach Angebot und Nachfrage und bezeichnet mit dem Titel freie Marktwirtschaft. Das gibt es nicht mehr. Das ist so verwirscht und verwurschtelt, dass da jeder macht, was er will. Und wir werden zu Zombies gemacht. Und uns wird verklickert, dass wir nur dann ein tolles Leben haben, wann die Wirtschaft funktioniert. Da kenne ich aber in meinen Reisen durch 51 Länder, da ist die Wirtschaft nicht einmal im Ansatz, so wie bei uns. Aber die lachen alle. Die Kinder lachen, die Menschen lachen, die haben natürliches Essen, die haben überhaupt keine Krankenversicherung. Und da sage ich, was, wie machen die das denn? Und dann sagt er zu mir, die werden gar nicht krank. Und ich, öh, wie, was? Ich bin hier im sogenannten Schwellenland, so sagen das ja unsere Wichtigtuer hier in den Parlamenten, und gehe hin und sehe, dass es den Menschen besser geht, wie in unserem sogenannten Wohlstands- oder Zivilisationsland. Und, ja, was jetzt? Jetzt könnt ihr euch überlegen, in der sogenannten Zivilisation mit Schickimicki, da aufzugehen oder irgendwann zu sagen, Moment mal, zumindest höre ich und schaue mir mal die Alternativen an, probiere vielleicht das eine oder andere aus, um zu sehen, was passiert denn in meinem Leben. Und wer das nicht tut, sage ich immer, da ist es dann mangelnde Intelligenz, weil der versteht nicht, wie das Leben funktioniert, der meint, der ist da ein Zombie, der alles, was da irgendwo gesagt wird, machen muss, rennt dem hinterher, bis es irgendwann an einen Punkt kommt, wo er merkt, dass das nicht richtig war. Deswegen heißt der dritte Punkt in unseren Gesprächskreisen, ich bin ein Schöpferwesen und mit allem verbunden. Was bedeutet das? Und wie lebe ich das denn im Alltag? Wie lebe ich es? Wisst ihr, ich habe hunderte von Seminaren gehört mit schlauen Vorträgen. Und danach bin ich immer raus und habe gesagt, und jetzt, wie wende ich es denn an? Wie setze ich es denn um in meinem Leben täglich? Und deswegen mache ich diese Kreise, dass wir A in Verbindung bleiben und jeder von seinem Erlebnis, du, ich habe das und das gemacht und dann ist das und das passiert. Und dann war das, dann war ich ganz erschrocken, das und das. Und dann sage ich, du, plötzlich tut meine Katze mit mir ganz anders. Dann sage ich, hallo, die versteht dich plötzlich und du reagierst anders, weil du plötzlich das hier übrigens, was hier drin ist, heißt Herz, nicht vergessen. Und das ist unser Kommandogeber. Und das ist nur der Ausführer im 3D. Nur manche verwechseln das und haben das Kommando hier raus und haben es da oben rein. Und deswegen ist unsere Welt so bescheiden, wie sie ist und so herzlos. Jetzt können wir uns aber überlegen, das wieder zurückzudrehen. Also, meine Lieben, alle Daten seht ihr nochmal im Abspann. Bringen wir nochmal den Einblender, den wir am Anfang schon gezeigt haben. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder bei mir wart. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, euch hier in Aaborg, im Feldhofweg, einmal persönlich begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie im Herz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020